Jo Leute damit, willkommen hier zu einem neuen kurzen Video und in dem Video geht es um die nächste legendäre Aufgabe aus der Woche 9 und diese heißt hier, platziere einen Bioscanner in einer Alien-Landschaft. Ist auf jeden Fall super leicht und ich würde sagen, wir verlieren gar keine Zeit und ich zeige euch mal direkt, was ihr da machen müsst. Hierfür müssen wir einfach mal nach Holy Hatchery, denn ihr seht ja auch schon, hier gibt es ja diese Alien-Boxen und das ist damit gemeint, das sind die Alien-Landschaften und hier gibt es dann auf jeden Fall auch Orte, wo wir diese Bioscanner platzieren können. Hier sehen wir auch schon direkt den ersten Ort, hier kann man so einen Scanner platzieren und das wäre dann auf der Karte ganz genau hier bei Holy Hatchery, hat es schon gesehen, rechts unten hier bei dem Haus, da an der Stelle, wie gesagt, hier seht ihr auch schon, ist so eine Alien-Landschaft und hier gibt es dann den ersten Ort für den Scanner. Es gibt sogar noch weitere Orte, ihr braucht das Ganze zwar nur einmal machen, aber hier direkt nebenan bei diesem Gartencenter sehen wir auch nochmal direkt hier vorne einen weiteren Ort für so einen Bioscanner und das ist dann auf der Karte genau hier, relativ in der Mitte, wie gesagt, hier bei diesem Gartencenter und dann gibt es auch noch einen dritten Ort und dann direkt auch hier wieder nebenan in dieser kleinen Alien-Landschaft und dann sehen wir auf jeden Fall hier schon einen weiteren Ort für diesen Bioscanner. Könnt ihr auch hier wieder platzieren und ist auf der Karte dann diesmal genau hier links oben in der Nähe von diesem Baum. Ja und das war es eigentlich auch schon dazu, ist wirklich super easy.